Hi Alexey hier. Willkommen zum nächsten Video und in diesem Video geht es um Microsoft Teams und hier speziell im Zusammenhang mit Microsoft Lists und zwar, ja man möchte immer wieder eigentlich irgendwelche Listen erstellen, manchmal zu viel als notwendig, aber das ist eine andere Sache. Und zwar natürlich kennen wir alle Unternehmen irgendwelche Excel-Listen, die wir erstellen um dann Berechnungen machen, Filter setzen und so weiter und so fort. Und es gibt noch die andere Art der Listen, die kam noch ein bisschen, wenn Sherwood Online genutzt hat, mal aus den Sherwood Online Lists quasi und was ist das überhaupt? Ich möchte bestimmte Informationen zu einem bestimmten Thema hinter einer Liste hinterlegen, wo andere Personen darauf zugreifen konnten und diese Liste soll agil sein, das heißt, wenn ich dort etwas tue, kann im Hintergrund etwas automatisiert ablaufen und die Vorgänge durchgeführt werden, beziehungsweise mehrere Personen können diese Liste gleichzeitig erarbeiten und diese bearbeiten und ergänzen und so weiter und so fort und ich kann zu bestimmten Rubriken verschiedene Listen erstellen und mit verschiedenen Spalten fühlen und auf diese Liste hat jeder Zugriff über Microsoft Teams, egal wo er arbeitet. Das heißt, keine Excel-Tabelle, die irgendwo abliegt und dann jeder drauf glaubt zu, sondern eine Liste, die in Microsoft Teams eingebunden ist und alle Leute in diesem Team greifen auf diese Liste zu, um zuzugreifen, etwas abzulegen, etwas zu tun und diese Liste ist so lebendig, dass sie im Hintergrund auch automatisiert ablaufen kann, wenn etwas erstellt wird. Also eine sehr agile Liste für das moderne Arbeiten mit Microsoft 65 in Unternehmen. So, ich habe jetzt einfach ein Beispiel. Ich habe ein Team im Unternehmen, das Marketing und das Marketing hat eine Liste, zum Beispiel Marketingaktivitäten, die sie durchführen und da werden zum Beispiel die Ideen gesammelt. Ich weiß jetzt nicht, was sonst noch zusätzlich sein kann jetzt und das ist sehr ideal. Jedes Unternehmen hat seine eigene, aber da soll er mehr als Inspiration gelten und weniger als eine konkrete Anleitung, wie das gehen soll. Wie konkret erzählen wir ja ganz genau in unsere Schulungen, das würde er einfach hier ansprechen. So, ich habe jetzt ein Team Marketing und ich habe hier zum Beispiel einen Kanal und in diesem Kanal möchte ich Microsoft Teams integrieren. Es gibt verschiedene Arten, wo ich das tun kann und ich möchte das hier einfach nur als Tab haben. Einfach als Tab, sprich, ich habe es hier in einem Allgemeinen als Tab deklariert, dieses Microsoft Liste, diese Liste, die halt in diesem Team zur Verfügung steht. Das machen wir alle eben und zwar wir suchen Microsoft Liste. Zack. Und dann stellen wir eine komplett neue Liste. Also es gibt verschiedene Vorlagen, die nutzen wir jetzt nicht. Also wir stellen eine komplett neue Liste. Leere Liste. Und diese Liste ist, dass wir da wirklich, um Ideen zu geben. Marketing. Wie man das benennt, das heißt, es ist ja erst mal kurz, das ist ja für einen Test hier. Und das ist, da suche ich meine Farbe aus, egal welchen. Und ich gerne Ziele, quasi Ziele, so eine Liste, die Ihnen dann sammelt. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein bisschen, ja auch ein bisschen Branding quasi, die man da draufsetzen kann. So, jetzt ist es eine komplett leere Liste. Und ich kann vieles davon machen. Ich gehe jetzt nicht genau in die Details. In der Liste sind sehr viele Sachen möglich. Ich kann sie natürlich in der Excel exportieren. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das möchten halt viele wissen auch. Und ich kann die Liste auch in Shepard Online öffnen, um diese dort auch zu bearbeiten. Weil die Listen werden logischerweise in Shepard Online abgelegt. Ziemlich alles wird eigentlich in Shepard abgelegt. So, ich kann verschiedene Spalten deklarieren und die bearbeiten. Und ich mache einfach auch mal ein paar. Und zwar, wie gesagt, es geht um die Marketingideen. Und hier gebe ich zum Beispiel, Name ist Titel. Und das kann sein dann die Idee oder was auch immer. Ich füge ein paar Sachen noch mehr hinzu. Und zwar, ich kann zum Beispiel sagen, Person. Das heißt, Person, die die Idee vielleicht gegeben hat. Die das Eintritt, hey, wer bin ich, die die Idee gibt. Das heißt, wenn jemand reinschaut, von wem war die Idee denn? Der kann nicht eher denjenigen nachfragen. Ich muss ja nicht derbedingt intim sein, sondern es ist vielleicht eine ganz andere Person im Unternehmen. Und die möchte man mit einladen. Ich mache einfach mal eine Person. So, das kann natürlich Gruppe sein. Und sieht man so schön, die Spalten sind sehr individuell. Ich kann sehr individuell auswählen, welche Art ich habe. Und man sieht ja gleich noch eine Person. Es ist nicht einfach nur eine Spalte. Liz kann mit Microsoft 360 reden, müssen wir andersrum. Und kann nur Daten abfragen. Ich kann es sehen direkt, wer in meinem Azure AD zur Verfügung steht, den ich als Person hier deklarieren kann. Sehr, sehr nützlich. So. Ich kann hier Ja, Nein sagen und so weiter. Ich nehme mal zum Beispiel hier eine Auswahl. Ich will irgendwas auswählen. Zum Beispiel Idee ist offen oder wird verfolgt oder ist genehmigt oder sowas. So, jetzt habe ich Status zum Beispiel und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Als Beispiel offen, in Bearbeitung und die letzte ist verwendlich als Beispiel. So, und kann verschiedene Farben unterlegen, die ich mag und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich eine Ausfallliste gedeklariert. Und vielleicht noch eine Beschreibung hinzu, dass wir auch vielleicht ganz interessant haben, worum es hier geht. Ich mache jetzt nicht zu viel, sondern einfach nur, um zu zeigen. So, das ist wunderschön. Ich habe die wichtigsten Sachen schon angelegt. Jetzt kann, jetzt, jetzt will ich eine Information hier reintun. Das kann verschiedener Art geschehen. Entweder stelle ich ein digitales Formular zur Verfügung, was ausgefüllt wird und die Informationen landen hier. Das heißt, ich will ein anderes digitales Formular zur Verfügung stellen. Das kann typisch zum Beispiel auch sein, dass man sagt, ich als Marketing möchte nicht nur die Ideen sammeln, die wir selber als Team haben, sondern ich möchte einfach mal mein ganzes Unternehmen fragen oder meine kompletten Kunden, die ich habe, einfach fragen. Mal zu einer Sache. Und dekaliere hier einfach eine Liste mit bestimmten Antworten, die ich haben möchte. Und ich kann einfach zum Beispiel ein bestimmtes digitales Formular mit Microsoft 5 6 erstellen. Und die schicke ich an alle Kunden, die ich habe. Die müssen ja nicht in meiner Organisation drin sein. Sie haben dann automatisch Zugriff auf dieses Formular. Nicht mehr und nicht weniger. Tragen dort. Da werden Fragen gestellt. Und wenn die Fragen ausgeführt sind, dann landen die hier. Oder die Mitarbeiterunternehmen, die landen dann hier. Und es kann ja automatisch dann etwas geschehen, wenn die Fragen reinkommen. Sie werden automatisch ausgewertet, vielleicht in bestimmten Abteilungen weitergeleitet oder zur Übersicht, zur Bewertung und so weiter. Es kann die Bewertungsmatrixen eingebunden werden. Also, da Spielraum ist eigentlich ohne Ende das sehr individuelle Unternehmen und kann natürlich extrem die Performance und nicht nur Marketing, sondern in jedem Bereich steigern, wenn man das richtig nutzt. So, ich kann natürlich hier, aber ich sage mal, ich bin jetzt nur für Mitarbeiter, ich kann hier natürlich die Elemente auch selber eintragen, direkt in dem Team hier und sage auch neues Element. Und Titel ist, erste Idee, als Beispiel kann ja weiter etwas anderes sein. Personen, man sieht das schön, hey, hier sind wirklich Personen, ich kann E-Mail-Adressen eintragen oder wirklich Personen, die ich da habe. Ich habe hier einfach Pass-Test-User, der Snagher-ID, die gespeichert und Status ist offen und dann Beschreibung, zum Beispiel was, für was ist die Idee überhaupt gedacht? Also, was soll damit geschehen? Und so mehr, die Mehrwerte für das Unternehmen, als Beispiel, oder Nutzen oder wo auch immer. Okay, ich speichere jetzt ganz smart, aber ich kann auch Anlagen hinterlegen, da habe ich jetzt nicht schnell genug, vielleicht zu schnell genug, um da drauf zu klicken. Ich zeige nochmal, man kann natürlich Anlagen noch dazu tun, das ist ganz wichtig, das heißt, wenn man irgendwelche Bilder vielleicht hat oder irgendwas hat man gesehen, dann kann man das noch dazu tun, um einfach mehr Informationen mitzugeben. So, die erste Liste ist jetzt hier und ich kann natürlich die Liste noch filtern, wie ich möchte, das heißt, ich habe hier gefiltert, die ich einbaue, je nachdem, wie viele Informationen habe, kann ich mehr filtern, jetzt gibt es keine Filter für diese Ansicht, logischerweise. Ich mache mal ein paar mehr Sachen, Beispiel, die Person ist Vorname, da mache ich mal eine andere Person, da wollte ich gleich, glaube ich, ne, zack, Position ist Bearbeitung, als Beispiel, Beschreibung nutzen, so, zack. So, wenn ich das mache, ist natürlich die Liste sehr schlau und guckt, ey, okay, jetzt brauche ich einen Filter, weil es gibt ja mehr als nur eine Information, jetzt kann auch Filter verwendet werden und zeigt auch direkt, was Sinn überhaupt zu filtern, welche Informationen unterscheiden sich und gibt dann direkt die Filter vor, das heißt, ich will nur bearbeite Sachen sehen, sonst kriege ich nur das angezeigt. Das ist ein super intelligenter Filter, die ich hier automatisch kreiert bekomme, was natürlich sehr, sehr nützlich ist für die Zusammenarbeit. So, jetzt kann ich hingehen und sagen, wisst ihr was, wenn ich hier offen bin, also es quasi, wenn ich hier in der Stadt zu offen ist und ich sage, ich ändere den jetzt, ich klicke da drauf und kann das Status komplett anpassen und sage, in Veröffentlichung. So, wenn ich einen Status veröffentlicht gesetzt habe, soll was marschieren, das heißt, im Hintergrund kann hier zum Beispiel ein automatisierter Task ablaufen, was super geil ist und dieser Task wird jetzt hin und sucht vielleicht eine Freigabe, das kann sein zum Beispiel eine Broschüre oder eine Kampagne soll erstellt werden und ich brauche, das ist, alle finden es super die Idee und die soll freigegeben werden, das Marketing hat geprüft, toll, alle Informationen sind gesammelt und sage jetzt, auf Veröffentlichung und da gibt es zum Beispiel der Chef oder der Geschäftsführer oder der Marketingleiter nochmal eine Information mit detaillierten Daten oder soll mal hier reingucken und freigeben und wenn er die Freigabe gibt, geht es vielleicht an den Chef und gibt es auch nochmal frei den Geschäftsführer und dann wird die Kampagne gestartet, das heißt, das ist ein kompletter Prozess, wie man so eine, ja, wie man so eine Idee bis zu einer kompletten Durchführung kommt, komplett in einer digitalen Form, also Prozesse in einer digitalen Form im Unternehmen gestalten, das ist auch ebenfalls ein Teil der Digitalisierungsstrategie für Unternehmen, meiner Meinung nach. Das heißt, da muss man überlegen, wie gestalte ich die Prozesse im Unternehmen, welche habe ich schon, wie arbeiten die und wie kann ich diese mit Hilfe von Microsoft 360, Teams und Co., die ich da habe, effizienter gestalten, verbessern, umgestalten und einfach da neue tolle Sachen, ja, erfinden und kreieren und somit dem Unternehmen natürlich Mehrwert und Nutzen bringen. So, das war ein kleines Video über Microsoft Teams inklusive Zusammenarbeit mit Microsoft Lists, wie das funktioniert, was ich das nutzen kann, was es mir bringen kann und es ist sehr, sehr individuell auf dem Unternehmen zu gestalten und wenn Sie mehr erfahren möchten, freue ich mich, unten in den Kommentar, einfach mal Kommentare schreiben, hey, finde ich sehr interessant, cooles Thema, geht hier weiteres Video dazu, ich werde für Microsoft Teams nochmal dazu tun und unser Kontakt natürlich, falls Sie sagen, oh, das ist interessant, ich möchte mal ein bisschen mehr erfahren, dann einfach gerne mal melden für ein Essgespräch, ansonsten freue ich mich, wenn es das Video Ihnen gefallen hat, über einen Daumen hoch freue ich mich riesig und wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, tun Sie es ruhig, dann kriegen Sie immer wieder Informationen rund um Microsoft 365, rund um, ja, digitale Geschäftsprozesse im Unternehmen gestalten, vor allem im Mittelstand, wo man das ganz, ja, also wir sind meistens im mittelständischen Unternehmen tätig, wie man es dort einsetzt. Ansonsten viel Spaß, viel Freude dabei mit dem Video und bis zum nächsten Mal, das war Alexei, ciao.